Die Sonne ist gerade aufgegangen, noch ist es ruhig hier im Südwesten Mallorcas. Kurz hinter dem kleinen Örtchen Calvia liegt die Finca Can Estades, ein altes Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert, in dem sich Christiane und Norbert Amthor einen Traum erfüllt haben, ein eigenes Hotel. Um 7 Uhr morgens schlafen die Gäste noch, das Ehepaar genießt die letzten ruhigen Minuten des Tages. Das ist auch morgens ein magischer Moment mit der Sonne, den Vögeln. Gerade Sonnenaufgang liebe ich und Sonnenuntergang, also das ist gigantisch schön. Einige Gäste anreisen, einige reisen ab, jetzt haben wir 14 Frühstücker und dann geht es schon rund. Also da ist schon ganz schön was zu tun. Die 13 Zimmer des kleinen Hotels sind heute vollständig ausgebucht. Dazu reist am Nachmittag eine Seminargruppe an. Viel zu tun, denn die beiden Besitzer machen eigentlich alles selbst. Ich bin hauptsächlich hier in der Küche, Vorbereitung der Platten. Christiane macht aber dann hauptsächlich alles draußen. Also Tische decken, schön alles herrichten und ich kümmere mich jetzt ums Brot, was wir frisch aufbacken, um die Wurstplatten, Käseplatten und dann bereite ich meine Eierspeisen vor, soweit, was nötig ist. Das ist dann so unsere Aufgabenteilung. Klar getrennte Aufgaben, immer Hand in Hand. Seit sechs Jahren betreiben die beiden das Finca Hotel, gemeinsam mit zwei Angestellten. Brauchst du irgendwas aus dem Kräuter gehabt? Nachher für die Frischkeit. So, bringe ich gleich mit. Norbert war in München Eventmanager mit eigener Firma. Christiane hat bei einer Versicherung gearbeitet. Ihr Weg auf die Urlaubsinsel war eine klare Entscheidung gegen Stress und für mehr Ruhe. Für sich und für ihre Gäste. Unser Konzept ist das, Ruhe, wieder Energie aufzutanken. In der hektischen Zeit ist es natürlich auch ganz wichtig, dass du einen Punkt hast, wo du hingehen kannst und aufladen kannst wieder neu. Und ich habe das so schön gefunden, weil ich war damals in einem hektischen Job und von daher haben wir auch gesagt, das wäre was auch für unsere Gäste. Alles hinter sich lassen, ein neues Leben starten. Die Entscheidung nach Mallorca zu gehen, sie war lange vorbereitet. Ich bin hier vor fast 20 Jahren auf die Insel gekommen, hatte die vorher nicht gekannt und habe mich absolut in die Insel verliebt. Habe mir dann hier ein Haus gekauft, eine Finca und habe im Endeffekt dann gesagt, okay, irgendwie spielt das Ganze eine Rolle, die Insel in meinem weiteren Leben. Und habe dann 2007 mit meiner Firma beschlossen, dass ich mich rausziehe in fünf Jahren aus der Firma und die verkaufe. 8.30 Uhr, langsam füllt sich der Frühstücksraum. Und während Norbert hinten in der Küche bleibt, kümmert Christiane sich um die Gäste. Alles gut bei euch? Funktioniert? Alles zu gut? Wollt ihr draußen? Ja. Für Diana. Diana, ja. Als Ehepaar gemeinsam ein Hotel führen, das ist für den 64-Jährigen und die 50-Jährige immer noch ein Drahtseilakt zwischen privat und beruflich. Das ist halt 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist das Thema. Und Business und privat zusammen. Das ist ja beides nochmal. Wenn du es jetzt nur privat hast, ist es auch nochmal was anderes. Aber so ist gut. Und es scheint gut anzukommen. Du kriegst heute Standardhotels, wo dann in jeder Stadt das Hotel genauso aussieht wie in den letzten 30 Städten. Aber wenn du hierher kommst, bist du tatsächlich bei den beiden zu Gast. Das macht es schon aus. 11 Uhr. Die Frühstücksgäste sind versorgt. Bevor die Seminarteilnehmer anreisen, müssen Norbert und Christiane einen kurzen Ausflug zur Wäscherei machen. Ein Moment zu zweit im Auto, den Norbert sehr genießt. In Deutschland war er schon einmal verheiratet, hat zwei Kinder aus erster Ehe. Mit Christiane ist er seit elf Jahren zusammen. Also für mich ist es schon noch was Besonderes, weil ich einfach sage, das ist jetzt noch ein neuer Lebensabschnitt für mich. Und nach sechs Jahren ist es immer noch so, dass ich mich darüber freue, dass ich den neuen Lebensabschnitt angefangen habe. Hola, que tal? Schmutzige Wäsche sortieren, statt große Events planen. Einfache Probleme lösen, statt stressiger Meetings. Mir gefällt der Tausch. Also ich liebe die Arbeit, die ich jetzt mit dir vorher habe. Auch gut, war schön, hat auch Spaß gemacht in seiner Art. Aber das hier mag ich super gerne. Also diese Abwechslung. Zurück im Hotel warten neue und alte Gäste auf die beiden. Hey ihr Lieben, kommt gut heim. Ciao. Hallo. Herzlich willkommen. Und eine Menge Organisationsarbeit. Christiane checkt noch die Zimmer des Hotels. Norbert kümmert sich um die Buchhaltung und neue Reservierungen. Aber der Amthor kann ich da, das oder? 130 Euro kostet die Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Dem Hotel und damit auch den Amthors geht es gut. Dabei war auch ihr Anfang auf Mallorca nicht immer ganz einfach. Sie mussten Spanisch lernen, sich zurechtfinden. Du musst die Mentalität der Mallorquiner kennen. Die Mallorquiner wurden seit Jahrtausenden immer wieder annektiert. Die Römer kamen, die Araber kamen und die Festlandspanier kamen. Und dadurch sind die Mallorquiner eher ein bisschen zurückhaltend. Und du musst die dann bekommen und musst mit denen guten Kontakt haben. Und dann sind sie auch sehr offen. Aber das ist also schon was, was du knacken musst und mit dem du auch rechnen musst. Immer ansprechbar sein, das ganze Hotel managen, das kann stressig werden. Aber wenn es am Nachmittag auf der Finca ein bisschen ruhiger wird, dann können Norbert und Christiane die Insel so richtig genießen. Jeder auf seine Art. Norbert geht mit einem Gast auf den Reiterhof. Ja, also ich liebe das schon, dass ich nicht immer im Hotel hänge und dann auch mal alleine unterwegs bin. So gern ich wie mit meiner Frau natürlich zusammen bin. Aber seit fünf Jahren mache ich das jetzt mit dem Reiten und das macht richtig Spaß. Ein schneller Ritt durch die mallorquinische Natur. Christiane mag es ein bisschen ruhiger, aber nicht weniger sportlich. Stand-up-Paddeln auf dem türkisblauen Mittelmeer. Wir arbeiten ja viel. Das sind ja den ganzen Tag. Aber die Stunden, die wir haben, die sind so qualitativ hochwertig. Das ist wirklich ganz viel Ausgleichstück. 16.30 Uhr. Christiane und Norbert sind zurück im Hotel. Denn die Seminargruppe, die die nächste Woche hier auf der Finca verbringen wird, ist mittlerweile komplett. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Und es ist ja schon eine richtige Tradition, Michael, dass ihr zum Rhetorik-Training hier auf die Insel kommt. Die Teilnehmer des Seminars können sich jetzt eine Woche nur auf ihre Inhalte konzentrieren. Und den Rest kümmern sich Norbert und Christiane. Wenn es nach ihnen geht, noch eine ganze Weile. Wenn wir gesund sind und fit genug sind, können wir auch noch ein paar Jahre länger dranhängen. Nur irgendwann, sage ich mal, mit 70 oder 75 möchte ich dann immer jeden Früh am Frühstücksbuffet stehen. Aber irgendwie werden wir eine schöne Lösung finden. Da gibt es Lösungen dafür. Und es macht so lange, wie es Spaß macht. Und das ist das Wichtige, sagen wir immer. Wenn es aufhört, Spaß zu machen, dann wird es Zeit, was zu ändern. Aber im Moment macht es so viel Spaß. Und das hoffe ich noch für die vielen, für einige Jahre. Mit den Gästen tauschen, kommt für die Amthors überhaupt nicht in Frage. Sie genießen ihr Leben als Hotelbesitzer auf Mallorca.